Hey Leute, heute zeige ich wie man bei Windows 7 wie ein Mac aussehen lässt. Okay, hier kann ich nochmal zeigen, dass das Windows 7 ist. Das ist dem Windows 7 Home Premium, aber trotzdem sieht es wie ein Mac aus. Okay, dafür braucht ihr nur ein Programm. Der heißt... Ja, schon wieder Störungen. Jemand klopft an. Ja, war wieder Post. Hat mein Bruder so ein blödes Ding gekauft. Ja, ähm... Ja, warte mal. So, könnt ihr hier in die Webseite hingehen. Hier downloaden. Ich wäre krass irgendwie. Ja, und das hier downloaden manchmal. Ich hab's ja, also installiert ist nicht mehr neu. Könnt ihr hier selber machen, ist ja leicht. Ja, mal warten. Oder ich überspringe das. So Leute, es ist fertig. Es hat nicht lang gedauert, aber ich wollte nicht, dass ihr euch langweilt. Also ihr startet es. Next, next und so weiter. Ihr wisst es eigentlich schon. Also die meisten. Ihr geht dann... Da hin. Kassen Ding. Bombs. Keine Ahnung. Ja. Dann Schoss. Aber per... Na, mein Englisch ist nicht so gut. Dann könnt ihr von hier. Von der Webseite. Das ist beim Programm. Hier. Könnt ihr es downloaden. Und... Ja. Könnt ihr einen aussuchen. Oder hier schreiben. Wenn das XP, wenn das 7 und so. Ich würde es mir ehemals aussuchen. Nicht nur wenn man das... äh... Mac. Könnt ihr auch einen anschauen. Blödesdeutsch. Wie immer. Und downloadet es mal. Hier. Downloaden. Datei speichern. Ich beachte das nicht. Hab ich Handy-Internet an oder so? Nö. Ich hab so'n benutztes Internet. Wenn mein Handy-Internet, also WLAN, an ist. Sonst. Äh... Das WLAN an ist. Kack. Mein PC. Das WLAN so. Scheiße. Ab. Ähm. Nein! Puh. Das wär jetzt blöd. Ja... Oh... Scheiße. Leute. Ich mach... Ich mach... Nein. Le... Leute, mein PC-Cock gehabt jetzt. Das weiß ich jetzt schon. Leute. Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht machen. Wenn, dann hätte ich doch mein Bruders PC gemacht. Weil... ein bisschen streichen. Das, was ich echt jetzt gar nicht machen würde ich. Hier komm ich zum Dauer drauf. Boah. Ja, können wir in der Welt download da machen jetzt. Donauts Ordner. Oh fuck. Ja, ähm... Sohn. 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 Ja. Carsten Peck. Das. Drück hier drauf. Und dann ja. Ist dann natürlich alles englisch, aber... Die Daten sind immer noch... Deutsch und so möchtest. Ja, dann... Duster. Installation. Basic. Classic. Ich mach einfach Classic. Not... Äh... Doch. Das dauert ein bisschen. Und... Okay. Wieso hab ich ein bisschen gesagt? Und... Ich... Mach... Okay, Leute. Ihr seht. Das hat sich alles verändert. Das Äpfelzeichen ist immer noch da. Genau irgendwie so. Und das RockDog ist auch verändert worden. Downloads, alles mögliche. Die Dateien... Die ist Schließding und so mögliches. Ja. Das war mein Tutorial für... Wie vielleicht das... Aussehen von 07. Und die Besten sind wieder am Start. So alte Säcke wie ich warten bestimmt seit 10 Jahren. Gutes Wetter ist für Frau und mir doch egal. Ich hab... Kiste Bionz, ich hab bald ein 14 Tage Bart. Ich sage Tschüss Real Life, Tschüss Geld verdienen. Alles weg von der Platte...